So Leute, ich zeige euch heute mal, wie ich mich auf den Sommer vorbereite. Erstmal einen Rückwärtssalto üben, so wie er das macht, nur besser. Also, konzentrieren, Arme anspannen, nach hinten lehnen und hopp! Ja, mein Kumpel Bjarne wollte es besser machen, hält sich da fest und BAM! Voll ins Wasser geflötet. Zweiter Versuch von mir. Der war genauso scheiße wie der erste, aber dritter war es dann. Oder auch nicht. Naja, mit dem Longboard eine Rutsche runter, kommt immer gut im Sommer. Alles anspannend und Abfahrt. Jetzt mit dem Fahrrad zur Frühlingswiese. BAM! Da bin ich voll ins Wasser gekracht. Hier nochmal von hinten. Da fragt man sich, was da passiert ist, aber ich wusste es schon. Jetzt bin ich voll ins Wasser gefallen. Vielen Dank dafür. Kurz Sonnen und mit Rollerblades eine Wiese runter. Und abrollen wie ein Geheimagent. Es kann nichts mehr schief gehen im Sommer.